Buenas noches a todos, bienvenidos al Cine del DFF. Herzlich willkommen im Kino des DFFs zur siebten Ausgabe von Dias de Cine. Mein Name ist Laura Teixeira, ich arbeite hier und bin Teil des Teams von Dias de Cine. Ich bin sehr, sehr froh, dass so viele gekommen sind für den heutigen Film. Ich werde kurz vorher was sagen, wir schauen heute zwei Filme sozusagen, einen Kurzfilm und nachher den Hauptfilm. Aber first things first, ich möchte mich sehr bedanken bei der Anwesenheit von Cónsul Christian Hill de Colombia. El Cónsul de Colombia, Christian Hill, que está presente con nosotros, muchas gracias. Y también, claro, con las invitadas de la noche, Carolina Navas y Erika Gómez, que están acá para presentar la película Full HD, Carolina Navas y Erika Gómez, die uns den Film Full HD nachher präsentieren werden. Aber zu dem Film werde ich nachher noch was sagen. Ich möchte erstmal zum Kurzfilm was sagen und zwar wir schauen den Animationsfilm Guaxuma von Nara Normandji. Sie ist eine Künstlerin aus Brasilien. Sie hat diesen Kurzfilm entwickelt, um eine sehr persönliche Geschichte zu erzählen und auch eine Trauergeschichte sozusagen. Und das hat sie dann in diesem Medium von Animationsfilmen mit verschiedenen Techniken, wie wir sehen werden, entwickelt. Und wir haben gedacht, obwohl da ein ganz, ganz anderer Film von der Ästhetik her, von dem Format her und so weiter, von dem Hauptfilm des Abends heute ist, dass es vielleicht sich doch ein oder andere Punkte, Anknupfspunkte gibt. Und besonders, das sind auch sehr persönliche Geschichten, wie wir nachher bei Full HD auch sehen werden. Aber wie gesagt, zu Full HD werde ich nachher noch kommen, um was zu erzählen. Erstmal genießen Sie Guaxuma von Nara Normandji. Vielen Dank. So, vom brasilianischen Strandort Guaxuma gehen wir jetzt zunächst nach Cali, Kolumbien. Und dafür möchte ich ganz herzlich begrüßen die Hegisterin des Films, die Co-Hegisterin des Films, Carolina Nava, die heute mit uns hier ist. Muchas gracias, Carolina. Und ich freue mich noch, immer noch Besonderes, dass wir einen der Protagonisten des Films Full HD hier auch haben, Erika Gomez, einer der Protagonisten des Films, die auch hier ist. Wir sind sehr, sehr froh, dass beide aus Kolumbien hergekommen sind für heute Abend, um hier den Film zu präsentieren. Und wir werden die Möglichkeit, nach dem Film mit beiden dann eine Gesprächrunde hier zu machen. Die Direktorin des Festivals, Bilar Mendoza, wird dann nach dem Film das Gespräch führen. Ich möchte nicht so viel vorher sagen. Wir werden gleich den Film sehen. Vielleicht nur ganz kurz zum Titel Full HD, denn das ist vielleicht nicht so selbstverständlich für die, die kein Spanisch sprechen. Das bedeutet so viel wie Full High Definition. Und das bedeutet sowohl ein Bild, das gut zu sehen ist und strahlt und so weiter, aber das wird auch als Slank in der Region benutzt, was toll ist. Also wenn jemand gut gekleidet ist oder gut aussieht und dann jemand ist Full HD. Und das spielt auch eine wichtige Rolle in dem Kontext von Musik, von dem Genre Salsa Jockey, das auch hier eine Rolle spielt. Denn eine Musik, ein Song von der Gruppe, die Musik heißt Full HD. Und das wird auch sehr bekannt. Und das werden wir auch mal im Film sehen. Aber für mich, ich habe auch ein bisschen mit diesem Titel vorher gekämpft. Und deswegen wollte ich schon so, dass man zumindest das alles, das schon hat. Aber alles andere werden wir im Film erfahren. Sonst werden wir, wie gesagt, die Gelegenheit haben, nach dem Film darüber zu sprechen. Als allerletztes wollte ich auch die Möglichkeit nutzen, dass dadurch, dass wir jetzt den kolumbianischen Film sehen, um alle einzuladen für das Symposium, das Ende des Monats hier in Frankfurt stattfindet, Memoria y Construcción de Paz en Colombia, kollektiver Gedächtnis- und Friedensprozess in Kolumbien. Das findet in der Goethe-Universität von 27. bis 29. November. Und das Programm liegt auch hier vorne. Sie können nach dem Film auch das Programm holen. Und da wird auch ein Dokumentarfilm über kollektives Gedächtnis in Kolumbien gezeigt, am 29. November. Deswegen wollte ich das auch ganz ins Herz legen. Und ja, jetzt zum heutigen Film. Viel Spaß. Und wie gesagt, nach dem Film gibt es erstmal ein Gespräch. Und sehr wichtig, auch nach dem Film ein Empfang draußen für alle, die, ja, um auszutauschen und über den Film zu sprechen. Sie sind auch ganz sehr herzlich eingeladen. Aber erstmal viel Spaß mit Full HDD. Wo ich gesehen habe, wo ich eine Fusion zwischen Stadt, Salsa, dem Stadtteil. Aber was die wichtigste ist, sind die Frauen. Ja, es ist ja so, ich habe mal wieder viele Fragen vorbereitet, aber wie immer in den letzten Tagen ist die Zeit knapp. Insofern werde ich gleich loslegen. Also, wir haben hier diesen Dokumentarfilm gesehen und einen Dokumentarfilm, der im urbanen Umfeld angesiedelt ist. Und da geht es also um die Musik, um das Leben im Stadtviertel und ganz besonders um die Frauen. Und auch die Frauen, die Relation zwischen den Frauen. Also, ich habe mich immer gefragt, wie haben sie zu erreichen, wie haben sie zu erreichen, zu erreichen, zu dieser Gemeinschaft, in dem Thema der Hoffnung und zu erreichen, zu erreichen, zu momenten, in der Leben von allen Menschen. Und warum? Ja, und es geht nicht nur um Frauen, sondern es geht auch um die Beziehungen der Frauen untereinander. Und was mich sehr erstaunt hat, ist ja, wie haben sie es geschafft, also so nah an die Frauen ranzukommen und also auch an das Innenleben der Frauen und wo sehr intime Dinge ausgebreitet wurden. Ja, wir haben die Zeitzel mit der Frauen, sie sind sehr, 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 sehr strategies. Die Frauen kaleinze sind dazu, wir haben noch ein bisschen frolicatisch, haben wir, klaraivaten, sind etwas ganz, weiss sind, wie wir, am die Frauen kaleinze haben, und das ist eine große Henzik, weil sie schnell versucht, Wir hatten ja das Riesenglück, dass wir auf Frauen gestoßen sind, die sehr offenherzig sind, sehr sympathisch. Und es ist ja generell so, dass wir Frauen in Kali, also wir reden da nicht lange drumherum, sondern wir gehen auf die Dinge zu und sprechen das auch aus. Und warum? Wir hatten Interesse in einer Geschichte von Frauen, weil wir in der Nähe von Agua Blanca haben viele Begründungen, die aus der Presse gebaut haben. Ja, und wir hatten also auch das Gefühl, wir müssen über dieses Viertel Agua Blanca einen Film machen, weil gerade in der Presse da viele Vorurteile transportiert werden. Ja, und ich wollte also kurz das Viertel in den Kontext stellen. Das hat etwa eine Million Einwohner, liegt an der Peripherie von Kali. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sind Nachfahren von Afrikanern und auch sehr stark betroffen von den politischen Konflikten Kolumbiens. Ja, und diese ganze, also steht auch in Verruch, weil es sehr viele Banken gibt, sehr viel Drogenhandel und auch sehr viel Gewalt. Ja, und es ist so, also in der Vorstellungswelt werden also mit diesem Viertel eher Banden assoziiert von Frauen ist viel weniger die Rede. Und wir wollten also einfach sehen, ja, wie geht es Frauen unter diesen Umständen. Und wir waren zwei Direktoren, die Frauen kaleine waren, wir sind sehr wichtig, auch in der Zeit, in der Zeit, wir sprechen. Wir sind zwei Filmemacherinnen und wir haben uns für dieses Viertel interessiert. Das war jetzt also nicht nur so ein Interesse für andere Frauen, sondern es ging also auch um unser Selbstverständnis und unsere Identität in der Auseinandersetzung mit diesem Viertel. Dort gibt es viel Violenz und gleichzeitig viel Kreativität und viel Vitalität. Es gibt Musik, die sie immer in den Garagen machen. Es gibt viele Baile, in der Moda, die Videoclips machen. Es sind viele Dinge, die fast niemand kennt. Ja, und dieses Stadtviertel, da prallen auch die Gegensätze aufeinander, also Leben und Tod. Es gibt auf der einen Seite, wie gesagt, viel Gewalt, auf der anderen Seite aber auch ein hohes Maß an Kreativität, an Vitalität. Es gibt Schneiderwerkstätten, es gibt Designergeschichten, ja, und natürlich den Tanz. Ja, die Frage an Erika, ja, wie bist du an diese Schule geraten und dann auch an diesen Film? Ja. Ja. Entschuldigung, schön. Ja. W include. Ja. Ja. De Raga, como su nombre lo dice, ha venido de generación en generación. Yo ingresé al año de haber tenido a mi niño, hace 11 años, y aún seguimos bailando en la lucha y diariamente, ensayos tras ensayos, hemos ido creciendo, gracias a Dios. Y fue creado en el 2007, no, 2007 no, 2002. O sea, yo entré cuando ya llevaba más o menos unos cinco años. Y por otro, mi profesor en el momento, director, George Ríos, antes de él hubieron dos directores, Alex, y yo los conocía porque yo pertenecía a otro grupo de baile. Y luego, cuando tuve mi embarazo, decidí hacer el cambio de una academia a otra y me imagino esta y en esa me que. Ja, es ist ja so, ich bin ja ganz froh, hier zu sein. Es ist für mich eine sehr große Ehre. Jetzt die Geschichte mit dem Tanz, also das geht weit in die Vergangenheit zurück. Also unsere Gruppe heißt ja auch nicht umsonst Generation Raga. Also wir haben eine lange Geschichte und Tradition und ich bin also 2007 zu der Gruppe gestoßen. Die Gruppe wurde 2002 gegründet und ich habe also immer weitergemacht, mache also auch nach wie vor weiter und habe das sogar gemacht, als ich schwanger war. Solo para complementar esta pregunta, ¿tienen alguna apoyo en esa escuela? ¿Necesitarán recursos para pagar un salón, etc.? ¿Tienen algo así o es todo la comunidad? Also jetzt die Frage war einfach, ¿finanziert ihr euch oder tragt ihr euch selbst oder gibt es da irgendwelche finanzielle Unterstützung, irgendwelche Geldgeber? No, por el momento no. Por el momento sí ha sido de parte de nosotros mismos, del esfuerzo, de actividades que hacemos, como rifas, kermes. Siempre ha sido como el esfuerzo de nosotros mismos. Also nein, es gibt keine Geldgeber, also wir haben immer uns selbst finanziert. Wir haben also Verlosungen gemacht, Kermes veranstaltet, also immer also auch um Geld zu bekommen. Yo tengo más preguntas, pero quisiera saber si el público quiere preguntar, porque nos queda poco tiempo. Mucho ver la peli. Yo soy de Cali, e independiente de que en el distrito Agualanca hay mucho talento, pues también hay mucha delincuencia también, porque es como un lugar abandonado dentro de la ciudad. Entonces, claro, hay como explosiones de talento, y la gente intenta buscar salir adelante, lejos de la criminalidad. Y hay como escuelas de baile y todo esto. Pero también está la parte de los muchachos que no tienen quizás esa perspectiva artística y se quedan ahí. Y mi pregunta es, ¿cómo fue grabar ahí? O sea, las cámaras, el equipo, ¿cómo fue ese proceso de grabación, de la seguridad? Me parece interesante saber. Bueno, yo soy de Cali y conocí los dos, o quizás incluso más o menos el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y ahora mismo, pero todavía me ha visto aquí, el otro, el otro, la creatividad, el Tantón. Mi pregunta es, ¿cómo se ha creado en un mundo difícil? ¿Cómo se ha creado en un mundo difícil? Umfeld gestaltet. Und wir waren auch mit ihnen, also wir waren mit der Leute im Dorf und die Wahrheit ist, dass wir niemals Angst haben. Wir haben uns natürlich geholfen, nur das, was wir in der Nacht graviert haben, wir waren sogar ein bisschen, sogar die Polizisten waren schuldig, die uns geholfen haben. Wir hatten also auch nur wirklich so eine kleine Gruppe, die an dieser Entstehung des Films beteiligt waren. Und das andere, wir hatten ja auch direkt Kontakt hier zu der Gruppe und ich glaube, das war auch so eine Art Schutzschild, die eventuell also Angreifer, die haben gesehen, aha, die haben es also direkt mit den Leuten aus dem Viertel. Und ja, es ist nichts passiert. ¿Algen más quiere preguntar? En la película, el baile parece una fiesta, pero ¿qué es la vida después? ¿El baile sirve para vivir? ¿Puede desarrollar algo para vivir aparte de ser una ocasión festiva? Also es ist ja so, in dem Film hatte man den Eindruck, ja, Tanzen oder das Tanzen ist ein Fest, aber was geschieht außerhalb dessen oder kann man mit dem Tanz auch das Leben anders gestalten? Ja, das ist ja, in diesem Moment kann ich sagen, dass ich, dank der Baile und den Beile und den Beile und den Beilen habe, ich habe zwei kontratos. Ich bin profesora de Danza, ich bin profesora de Danza in meiner Familie, mein Mann auch ist profesor de Danza. Er war meine größte Inspiration und er war die mir in diese Artistik-Artistik-Artistik-Artistik-Artistik-Artistik-Artistik-Artistik-Artistik-Artistik-Artistik. Ich würde sagen, ja, also ich selbst habe aufgrund all meiner Aktivitäten, habe so zwei Verträge, ich lebe also vom Tanz und nicht nur ich, sondern auch mein Lehrer und mein Sohn, der ist also auch schon so in meine Fußstapfen getreten und tanzt auch und wird wahrscheinlich also auch da seine berufliche Zukunft sehen. Kali ist eine Stadt der Bile explicants. Es ist sehr genannt worden, SPD-Artistik für die Salsen. Sie haben田arten auchencias�tage после Tango, haben sich einige manp��rarisch. killed, ist es, obrigado, wie viele anyway die Beile bearbeiten sind sehr плох реш, sie können arbeiten aber sicherer�� sie gerade nicht nur beim Podpunkt haben, sie sich dafür nicht zu positivieren, Glory sind nicht ohne �28 något, haben Sie dann auch das Fernsteチöpul這裡 nutzen. Ja, Kali, ich möchte auch nochmal daran erinnern, Kali ist die Stadt des Tanzes, also in Kali ist die Salsa verankert, der Tango, was Sie in dem Film gesehen haben, also das sind ja das Viertel, also da wohnen Leute, die eher kaum Zugang zur Universität haben. Und generell gilt für alle, die sich also in der Welt des Tanzes bewegen, es gibt nicht die Honorare, die sie eigentlich verdient hätten, also man muss sich sehr bemühen, um ein Auskommen zu finden. Und der Baile, ich glaube, mehr als celebración und fiesta, ist es Resistencia, weil es den Körper und die können, weil es nicht die, 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 weil es nicht die. Es ist auch so. Tanzen ist also nicht nur Fest und Freude, sondern auch und vor allem Widerstand. Im Tanz erfährt man seinen Körper, man erfährt auch die Grenzen des Körpers und lernt, Forderungen zu stellen. Vielen Dank.